Es gibt Spekulationen darüber, ob die Herzogin von Sussex, Megan Markle, nach ihren jüngsten Kommentaren über Cybermobbing in die sozialen Medien zurückkehren wird. Eine solche Rückkehr scheint angesichts der schädlichen Auswirkungen sozialer Medien auf die psychische Gesundheit unwahrscheinlich, sagt der Experte für Öffentlichkeitsarbeit. PR-Guru Ray Freeman äußerte im Gespräch mit The Mirror Zweifel an Meghans baldiger Rückkehr in die sozialen Medien und sagte, wenn ich ihre jüngsten Kommentare analysiere, glaube ich nicht, dass eine Rückkehr unvermeidlich ist. Freeman betonte den erheblichen Schaden, den soziale Medien dem psychischen Wohlbefinden von Menschen zufügen können, unabhängig von ihrem Prommestatus. Freeman schlug jedoch einen alternativen Ansatz vor, bei dem Megan ein spezielles Team delegieren könnte, um ihre Social-Media-Konten zu verwalten und sich so vor negativen Kommentaren und Interaktionen zu schützen. Auf der anderen Seite glaubt Stacey Jones, Gründerin der Marketingagentur Hollywood Branded, dass Megan, wenn sie in die sozialen Medien zurückkehrt, wahrscheinlich von einem bestimmten Ziel diktiert wird. Jones erklärte, dass Megan ihre Aufmerksamkeit auf die Förderung positiver Einflüsse, geschäftlicher Unternehmungen oder Philanthropie linken könnte, anstatt nach persönlicher Bekanntheit zu streben. Jones betonte den potenziellen Nutzen, um provozierende Themen aus sozialen Medien zu entfernen, was es für Menschen schwierig macht, sich an negativen Verhaltensweisen zu beteiligen. Durch die Konzentration auf Themen ohne Kontroversen könnte Megan dazu beitragen, eine konstruktivere und unterstützende Online-Umgebung zu schaffen. Während ihrer Teilnahme als Hauptredner bei der SXSW-Veranstaltung hat Megan das Thema Cybermobbing angesprochen und ihre persönlichen Erfahrungen mit ihm geteilt, während sie mit ihren Kindern, Archie und Lilibet, schwanger war. Im Moment bleibt abzuwarten, ob Megan Markle letztendlich in die sozialen Medien zurückkehren wird. Ihre früheren Bemerkungen über die schädlichen Auswirkungen von Cybermobbing deuten jedoch darauf hin, dass jede mögliche Rückkehr wahrscheinlich durch ein gezieltes Programm bestimmt wird, das sich eher auf bestimmte Bereiche wie Unternehmen oder Philanthropie auswirkt als auf die Suche nach persönlichen Informationen.